Heyo Leute, herzlich willkommen zu einer Runde Fortnite. Ich bin mit dem Robin am Start, die anderen beiden kennen wir nicht. Hallo. Und wir spielen den Modus Fang. Hier gibt es keine Schusswaffen, hier gibt es nur Granaten und alles mögliche, was man werfen kann. Und ich würde sagen, ich freue mich da jetzt mal drauf und bin gespannt, was das so gibt. Wir fliegen, hätte ich jetzt einfach mal gesagt, äh, ja gut, bist du schon, achso, ne, die sind schon raus, ja gut, ne, lass uns nach Chunk gehen. Lass uns nach Chunk. So, ich würde sagen, da gehen wir jetzt einfach mal hin. Ich habe den Modus noch nie gespielt, habe nur gesehen, der ist nur noch für begrenzte Zeit verfügbar und den würde ich jetzt einfach mal gerne noch testen, na? Ich spiele den Modus auch das erste Mal gerade. Ja, ich habe, keine Ahnung, ich verfolge Fortnite jetzt nicht mehr so krass, weil ich glaube, das ist auch nicht mehr so das krasse Spiel, oder? Ich weiß nicht. Wie findest du es noch momentan? Ich meine, es macht so... Ja, ich meine, ich finde, es macht schon noch so Spaß, es ist halt einfach was, was man mal so zwischendurch spielen kann. Oh, hier landen noch welche. Ja. Man kann es für zwischendurch spielen, so, es macht schon noch so ein bisschen Spaß, aber ist halt nicht so, ne, also ich finde es jetzt nicht so krass. Naja, aber macht schon noch ein bisschen Spaß, so, ich habe eine Schattengranate, ich baller mir so ein Schlürfi rein. Bist du schon am zerstört werden, oder was? Ja, hier sind Gegner. Aber ich bin noch nicht zerstört. Wo genau, bist du tot, wo sind die? Ich bin hier oben, die sind hier überall eigentlich. Okay. Oh nein! Ich feuer mal mit dem rein. Ey, das ist... Ich finde den Modus witzig. Ja, ich auch. Nur mit Granaten? Kann, glaube ich, was. So, hast du irgendjemanden schon getroffen, oder so? Nö. Oder gehittet? Gar nichts? Lol. Ich wurde gehittet. Oh, was hast du denn gemacht? Hier oben, auf dem Berg sind... Okay. Drei Gegner. Drei Gegner, was haben die denn mit dir gemacht? Oh, oh. Oh, oh. Nein. Wart mal. Ihr wirst eine Hasskrawatte an mich. Warte mal, ich hol... Ah, scheiße, ich kann dich, glaube ich, nicht holen. Wart mal. Oha! Jawohl, ich habe auf jeden Fall welche gehittet. Nein, da bewegt sich... Oh, fuck! Fuck! Alter! Ich muss mal kurz hier so ein bisschen ausweichen. Alter, was passiert hier? Gott, ich habe Granatien. Oh, scheiße, ich treffe ihn halt nicht. Oh, nein! Fuck, ich habe nichts mehr. Oh, Gott, Alter. Shit! Robin! Vielleicht findest du noch Waffen. Ja, ich kann deine Karte nicht einsammeln, scheiße. Also, ich wäre dann eh nicht hingekommen. So, Achtung. Aber am besten ab. Ja, ich muss jetzt hier weg. Oh, Gott. Aber ich finde den Modus witzig, um ehrlich zu sein. Ja, schon, aber. Ah, nein, nein. Brech ab! Hä? Er bricht nicht ab! Ich kann... Lol. Er hat es einfach nicht abgebrochen. Das ist schon manchmal Glückssache mit dem Treffen. Bei dem Plan. Alter! Ja, ich bin fast ripp, oder? Du hast noch einen Medkid. Habe ich da einen Quad? Ist hier noch irgendwas? Ja, ich weiß. Oh, Gott. Ich höre bei dir Echo. Also, ich... Doch. Oh, da hinten ist einer. Warte mal, ich nehme das Medkid mal. Ich muss das jetzt nehmen. Oh, shit. Ist Echo besser? Ja, ich höre mich jetzt nicht mehr. Oh, oh. Okay, ich habe die Stinkgranaten. Ich meine... Ich muss weiterlaufen. Alter, ich glaube, ich schaffe das nicht. Ich schaffe das nicht. Ich glaube, ich hätte noch ein bisschen, ähm, Holz gebraucht. Oh, oh. Oh, oh. Komm! Das darf nicht schief gehen. Kommt halt gleich die nächste Zone. Ja, ja, das auch noch. So. Huh. Komm schon. Krieg das hin. Ich schaffe das. Krieg halt Schaden ohne Ende. Ah, wow. Wow. Es hat nichts gebracht, aber ich schaff's noch in die Zone. Halt mit übel viel Schaden, den ich kassiert habe. Mann! Das gibt's nicht. Das ist ärgerlich. Ich müsste das schaffen eigentlich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Help! Ich schaff's nicht. Ja, aber mit sau wenig. Oh, Mann. Let's go. Ein Kaffee wahrscheinlich. Ja, nee, nicht ganz, glaube ich. Oh, Gott. Oh Gott. Let's go. Let's go. Und ich hab noch 14. Richtig. Ich muss aber... Alter, die Zone! Guckt sie es dir an! Ja. Oh Gott. Das gibt's ja nicht. Ich fühl mich dezent verarscht. Kann ich mit dem vereisern? Warte mal. Loll. Oh. Das war jetzt ein bisschen verwirrend. Weil ich... Keine Ahnung. Hä? Achso, es boostet mich zurück. Oh, das wusste ich nicht. Oh, Mann. Okay. Ja, ich kann in die Himmelsdingsbums reingehen. So. Erstmal in den Geys hier. Achtung, die. Oh, Mann. Okay. Wow. Ja, gut. RIP. Wir gehen einfach direkt in noch so eine Runde. Mann. Da sind dir doch im Moment dann auch noch Gegner gekommen. Ich wäre noch in die Zone gekommen. Gott. Ja. Drücken wir einfach direkt auf bereit nochmal. Mit auffüllen oder ohne? Mit... Ja, warum? Ja. Ist doch... Ja, gut. Dann machen wir... Ohne auffüllen. Gucken wir mal, wie weit wir da mitkommen. Oha. Die Runde läuft besser. Die nächste. Ja, jetzt wissen wir wenigstens, was Sache ist. So ein bisschen, ne? Ja. Glaub ich. Okay, joinen den Server. So. Wohlen geht's. Ähm... Wir können direkt hier raus und gehen wir direkt in den Gemetzel. Ja. Aber das möglichst nah zusammen landen. Möglichst nah zusammen... Ja. Gut. Wir müssen die halt einfach treffen und so, ne? Dann direkt... Dann geht's eigentlich echt... Ich glaub... Ja, hat man eine Chance. Man muss halt irgendwas mit Flächendamage gleich irgendwie kriegen. Oder so. Mal gucken. Vielleicht machen wir ja direkt einfach ein paar Kills. Ja. Weil ich find den Modus jetzt nicht schlecht. Ich find den nice. Ja, ist gut. So. Uh. Okay. Dann direkt raus. Und... Woh. Jetzt. So. Da gehen viele raus. Und... So. Ich will in dieser... Lass in dieser Krypto... Lass hier landen. Oder sind wir alleine? Ja. Wir sind alleine. Oder was? Sind wir wirklich alleine? Ach, grüß bist du. Ich seh jetzt nämlich keinen. Ich seh auch keinen. Okay, warte mal. Ah, gut. So. Hey, hier ist keiner. Geil. Wir haben alles für uns allein. Nice. Es gibt überall Kisten. Ich hab ein Jump Pad. Ein Jump Pad. Okay. Ich hab hier ein South Pack. Ich hab hier South Pack. Komm mal her. Hey, warte mal. Oh, lol. Hey, was ist das da? Ich kenn diese Waffe da, ne? Rauchgranaten. Braucht man die wirklich? So. Ah, okay. Warte. Wir können uns voll machen dann. Nice. Ich hab auch eine Festung. So ein Portable Festung. Gut. Ich frag mich, ob wir in der Zone sind. Ich seh mal gleich. Ich hab Mooby Bomben. Kann ich noch mehr davon aufnehmen? Nee, Rucksack voll. Rucksack voll. Die Zone. Ach Gott. Ne, ich würd sagen, da fliegen wir hin auf jeden Fall. Ja. Der liegt noch im Jump Pad. So. Oh, hey, lol. Ah, Luftschlag hab ich hier. Warte mal. Dann lass ich das da da. Okay, bau mal das Jump Pad auf. Da hinten ist noch eins. Das hol ich noch. Und dann fliegen wir Richtung Zone. Hätte ich gesagt. Ja. So, Jump Pad haben wir. Ich hab sogar zwei. So. Also, ich hab auch eins. Warte mal. Baue ich mal so ein bisschen hier hoch. Hey, lol. Ich konnte grad nicht bauen. Warum auch immer. Okay, und. So. Sehr schön. Schon ein bisschen Zeit gespart. Weil wenn wir die Insel hier noch nehmen können. Dann, ähm, geht's hier auf jeden Fall ab. Oh, Steffi ist heimgekommen. Hallo, Steffi. Ich bin grad übel erschrocken. Als da plötzlich einfach so jemand random vorbeiläuft. Also, ich hör immer noch Echo bei dir. Ich weiß nicht, was du machst. Ich hol mir eh bald ein neues Headset. Okay. Ich glaub eher, es liegt einfach an der Sprachaktivierung. Mein Sprachset ist eigentlich aus. Nein, Sprachaktivierung vom Headset. So. Hey, lol. Ist da da oben ein... Hä, da steht Day. Vor. Da läuft mir Zeit wieder ab. Hä, was ist hier los? Da läuft ne Zeit ab. Sehst du das? Ne, das ist ja nicht. Ja, über der, ähm, über der Himmelsplattform. Oh, da unten sind Gegner. Hier unten. Okay. Guck mal, ich land mal hier auf dieser Halle. Guck mal, wo die sind. Ob die da unten drin sind. Hä, hier war grad was. Hier ist was in die Luft geflogen. Ich hab's genau gesehen. Hm. Keine Ahnung. Lass Zone gehen. Ja. Oh, oh. Da komm, das schaffen wir noch. Ja, ich denk auch. Und da hoch noch. Komm schon. Ich hab nichts mehr zu bauen. Du, mach schnell. Ab. Ja. Oh nein. Noch ein bisschen schade gekriegt. Aber das ist nicht so schlimm. So, oh, da oben drauf sind welche. Da, da war grad jemand drauf. Ja, hab's gesehen. Oh Gott. Alter, wie viele Loot Drops hier auf der Map sind. Richtig viele. Wo oben ist er. Der Hemd ist jumpet. Oh, Lord. Achtung. Hä, von wo? Ja, eben. Ich will's auch nicht. Von innen. Oh, Lord. Warte mal. Lock dich mal zum Jumpet. Ja. Komm mal zu mir. Oh Gott. Robin. Pass auf. Ich hab gerade. Komm einfach zum Jumpet. Komm hier her. Ich spring drauf. So. Und muss hier landen. Sonst seh ich nämlich, was er macht. Achtung. Er kommt. Ich weiß nicht, was er macht. Ich weiß nicht, was er macht. Der muss jetzt hier, der muss hier hinkommen. Weil ich hab da überall Zünder hingelegt. Gut. Oh Mann. Komm doch jetzt bitte. Ich fange. Nein, nein, nein. Er. Der Typ. Ach so. Der soll jetzt mal hier herkommen. Oh, oh. Oh, oh. Scheiße, Mann. Der hat zu lang gebraucht. So. Oh. Er hat mich nicht getroffen. Er hat mich wieder nicht getroffen. Da. Oh, shit. Oh, jetzt hat er ein Problem. Komm, lass einfach weg. Oh, oh. Jetzt hab ich aber nix mehr zu werfen oder sonst was. Gut, dann hauen wir auf. Soll ich ein Jumplet placen? Ähm, ja. Komm, komm mit. Komm mal. Ich brauche noch ein bisschen was. Mann. Das war ein schwieriger Fight. Wobei ich eigentlich gehofft habe, dass er in meinen C4 reingeläuft. Aber das hat er nicht gemacht. Da oben ist von der Jumpe. Oh, Mann. Bis es sei hier noch irgendwas. So. 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 Komm schon. Oben eine Kiste. Okay. Ist noch Vereiser. Ist hier noch. Oh, die da brauche ich noch. So. Okay. Wir müssen in Zona. Ja. Hilfe. Aber ich glaube, das wird. Das kriegen wir hin. Bin nur mal aufs Endgame dann gespannt. Ich hole mir da hinten noch die Fallschirme. Ich nehme jetzt Jumpe. Hier ist noch eine Kiste. Ähm. Wow, was nehme ich da? Ich nehme, glaube ich, lieber die hier. Die sind halt um einiges geiler. Übrigens ist es jemand im Wartelraum. So. Ähm. Nun würde ich sagen, ich hole mir noch hier, äh, den Trag. Lang. So. Und. Huch. So. Wupp. Wupp. Und ein. So. Okay, wunderbar. So. So. Huch. Okay, Robin. Jetzt kommt's Finale. Ja, ich bin scheinbar zu. So. Okay, hier landet man. Hier landen welche. Na, die landen halt über uns. Wow. Oh, ich bin runter. Ja, ich bin runtergefallen. Ich komme mal zu dir. Warte. Die haben halt High Ground. Komm, ich gehe in die Zone. Oh Gott. Da hinten oben sind auch welche. Wir sind halt, oh, wir sind direkt in der Mitte. Mist. Wollen wir in Lothra pullen? Ja. Lass noch hingehen. Vielleicht da noch was Geiles drin. So. Oh, nice. Ja. Den Luftschlag hier würde ich vielleicht noch mitnehmen sogar. So. Okay. Den könnte man fürs Endgame dann gebrauchen. So. Ja. Pass auch nicht, dass die von hinten was reinwerfen. Da hinten oben sind nämlich welche. Die bauen... Guck mal, was die machen. Alter. Eine Granate dran und die sind unten. Ja, theoretisch schon. Aber die haben bestimmt auch die Hangkleider, deswegen. Reaktiven. So. Trotzdem noch Hangkleider für mich. Huh. Also das Leben noch. 19 Stück. Oh, die... Guck mal, was die da machen. Hä? WTF. Kriegen von der Zone. Ja. Vielleicht ist sie kaum... Da vorne könnten welche sein. Ich glaube, das sind welche. Mal Achtung. Hui. Ich werf gleich ne... Stinkbange rein. Ne, da war keiner. Hier ist keiner. Okay. Alter. Da ist noch ein Loot-Drop. Gut. Ne, die über uns müssen wir halt im Auge behalten. Insulti geht's ab. Oh, oh. Oh, oh. Die oben sind gerade abgesprungen mit dem Ballschirm. Pst, pst, pst. Ach, trotzdem Gegner. Ja. Komm. Komm mal. Achtung, hinter dir. Oh, shit. Alter. Komm, kill ihn. Los, Robin. Geh aufs Jumphead und flieh. Nein. Robin, kill ihn. Genau. Los, Robin. Lol, ich hab ihn genockt. Dann kill ihn, schnell. Mir kannst du nicht mehr helfen. Du stirbst selbst. Robin, los. Du bist die Hoffnung. Alter. In einen hab ich gekillt. Okay, nice. Ich glaub, ich fäng tot. Alter. Ja, genau. Bau. Das hab ich vergessen. Ja, hol das. Bau dich ein oder so. Wobei, einbauen dumm wär. Alter. Wie spannend. Oh Gott. Lol. Nein. Weg da. Hä? Hast du dich selbst gekillt? Äh, nee. Eigentlich nicht. Lol. Ich hab's gar nicht mehr geblickt. Naja, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Bis dann. Und tschüss. Ciao.